kfv kfk Hhhhhhhheh Na kann schon sein, dass wieder irgendwas igerment Unwetter ist Ja, hört sich heute von wie einem Roboter an. Mhm. Roboter mit Senf. Einmal ein Papierli. So, also hier machen wir heute Schluss. Man hört sich he. Ja, bis morgen früh. Ah ja. Bis morgen. Gut gemacht he. Seppi, morgen ist es doch gehabt, oder? Nee, eins am Wochen. Was für ein Kap. Spiel. Ja. Ja, also, bis morgen. Bis morgen. Mann hört sich. Tschau, tschau. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020